So, das nächste Thema dreht sich nicht um Aufklärungsbedarf auf dem Gebiet der russischen Föderation, sondern Aufklärungsbedarf auf dem Gebiet der Ukraine, namentlich der vollkontrollierten Westukraine, wo der ukrainische Staat offenbar jetzt vorgeht gegen die orthodoxische Kirche unter russischem Patriarchat. Es gibt auch eine Kirche unter ukrainischem Patriarchat. Bislang gab es da offenbar ein Auskommen unter der Orthodoxie, aber jetzt ist es eben so, dass sich offenbar der Geheimdienst und andere staatliche Stellen darum bemühen, dieser orthodoxen Kirche mit dem russischen Patriarchat den Garaus zu machen. Das heißt, Abrisse von Kirchen, Beschädigungen von Kirchen, Störungen des Gottesdienstes, Beschimpfungen oder Verunglimpfungen und Behinderungen von Gläubigen, die in die Kirche gehen und überhaupt einen Zustand, der mich erinnert eher an die Probleme der serbischen Kirche im Kosovo, wo ja sich auch die UNO schon des Themas angenommen hat. Also hier wird es auch darum gehen und das ist zu fordern. Ich fordere, dass der Europarat auch hier ein Monitoring betreibt und hier ist auch Gefahr im Verzug, weil es mit zunehmender Intensität verfolgt wird, dass wirklich im wahrsten Sinn des Wortes der orthodoxen Kirche, russischen Patriarchats, der ausgemacht werden soll und mit Gewalt gegen Gegenstände, gegen die Kirchen, gegen die Einrichtungen und auch gegen Personen, der ist zu begegnen. Also die Leute müssen sich an eine neutrale Stelle wenden können und hier sollten wir direkt und sofort tätig werden. Um das aufzuklären, nebenbei bemerkt, bei dem Anspruch der Ukraine in die EU einzutreten, geht es ja auch um die Eröffnung von verschiedensten Beitrittskapiteln und das mit der Freiheit der Religionsausübung ist ein ganz, ganz markanter Punkt, der sich nahtlos anschließt an die Gewährleistung von bürgerlichen Freiheitsrechten etc. Also Gefahr im Verzug, unmittelbarer Handlungsbedarf und wenn etwas gefordert werden muss und das fordern wir hiermit, ist es die Aufklärung dieses Missstandes in der Ukraine und nicht zuzusehen und zu warten, bis sozusagen da vollendete Tatsachen geschaffen worden sind.